So, hallo, wir machen weiter bei Asper Mario, nachdem im letzten Mal, im letzten Mal, äh, im letzten Part, ähm, oder beim letzten Mal, whatever, wir ein wahnsinnig furchtbares Gimmick hatten. Uah, ich will nicht mehr. Äh, ich will nicht mehr in das Level rein. Ich hoffe echt, wir brauchen die Yoshi-Coins nicht unbedingt alle, ansonsten, ach, ansonsten muss ich halt noch irgendwann nochmal da durch. Vielleicht. Irgendwann, nicht jetzt. Gehen wir weiter. Und ich hoffe, es kommt nicht mehr nochmal sowas. Das war schlimm. Soll das? Wahrscheinlich soll das. Ja. Hinweise und so. Oh mein Gott, wo bin ich? Da bin ich. Gut. Juhu. So, du kommst mit. Dup, 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 dup. Oh Gott. Da oben ist eine Münze. Da oben ist doch was. Oh, oh, okay. Da ist tatsächlich was. Hüäh. What? Da ist doch bestimmt noch irgendwas anderes. Ein Stirn. Ja, sehr geil. Dann sehe ich mich noch besser. Nice. Ja, dann ist natürlich jetzt die Shell weg. Da wollte ich nicht hoch. Okay. Ich glaube, ich bin gerade geschrumpft. What? Okay, da brauche ich die Shell. Ja, gut. Danke. Danke. Die Blöcke sehen halt echt komisch aus und verglitscht. Irgendwas sagt mir, dass die es nicht so aussehen sollen, aber gut. Ja, weil das sind nämlich unoff Blöcke. Oh je. Da ist irgendwas schief gelaufen. Da ist irgendwas mit den Blöcken schief gelaufen. Ob das jetzt bei mir ist oder insgesamt im Heck, das weiß ich natürlich nicht. Ich würde vermuten, das ist bei mir. Weil... Keine Ahnung. Fuck. Okay. Ja gut, dann ist er halt weg. Ich hoffe, ich brauche sie nicht mehr. Oh. Ach was, wenn ich... Wieso sehe ich denn jetzt auf einmal wieder was? Hier brauche ich dann übrigens auch wieder eine Shell. Ich brauche sie also doch. Achso. Ja, okay. Aber jetzt holen wir jetzt mal die Shell erstmal zurück, weil das ist dann hier nur der... Also die muss ich dann doch behalten. Ist halt so. Okay, da darf ich nicht so ganz schnell durch. Nein. Nein. Ja. Gut. Dann muss ich gleich mal was probieren. Ich habe nämlich den Eindruck... Ja, ich glaube, wenn ich mich drehe... Jo. Ich glaube, dann tauche ich wieder auf. Und umgekehrt. Das heißt, das ist gar nicht so, wie ich es mir gerade gedacht hatte, sondern doch ein bisschen anders. Es kann natürlich auch sein, dass es nur mit der Feder geht. Oh Gott, wirklich? Ach, ich kann da unten stehen. Ja, gut, dann ist es nicht schlimm. Ja, dann ist es ja da sehr sehr lächerlich. Stimmt, wenn ich hier, wenn ich den, 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 den Drehbuttons mesche. Äh, nicht den Drehbutton, den anderen Button. Das ist im Prinzip der Rennbutton. Wenn ich den mesche, tauche ich auf. Ach, nee! Umge... Oh! Oh Gott. Nico wird mich hauen, wenn er den Anfang von dem Level sieht. Es ist umgekehrt der Fall. Wenn ich die Renn-Taste gedrückt halte, dann verschwinde ich. Solange ich mich normal bewege, ist alles gut. Oh! Das heißt, sobald ich was in der Hand habe, verschwinde ich sozusagen auch. Ach. Ach. Gott. Ja, Fail. Und weil ich standardmäßig diese dumme Renntaste immer gedrückt halte, habe ich jetzt natürlich hier die Quittung für bekommen. Oh, Mann. Wenn ich die quasi loslasse, bin ich sofort wieder da. Wow. Alter, ich darf die Stelle nicht loslassen. Oh, wow. Das muss man erst mal kapiert haben. Na, komm schon. Danke. Und jetzt kann ich hier quasi ganz normal... Oh, Mann. Ich dachte jetzt nämlich gerade, wenn ich das meshe, dann tauche ich auf. Aber es ist genau umgekehrter Fall. Sobald ich die Taste nur drücke, verschwinde ich. Ups. Naja. Das war also alles nicht sehr klug, was ich gerade getan habe. Das Lied hat mal schau mal, ne? In der Höhle war das, glaube ich. Oh, Mann. Das ist aber echt laut. Meine Herren. Ach, das ist schon auf 17. Ich kann es nicht noch... Wenn ich es noch leiser mache, dann kriege ich, glaube ich, wieder in Gefahr, dass irgendwann... ...der Sound rumbarkt. Gut. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt muss ich erst mal raffen, was das Level von mir will. Ach, ich doof. Ich bin doof. Es tut mir leid. Das ist nix. Okay. Ach, hier ist meine Blume. Sehr schön. Kann ich damit jetzt schon zurück? Uah. Ah, ja. Die da müsste ich doch aufdrehen können, oder brauche ich dafür eine Shell? Ah, okay. Also, Shell holen die es da oben übrigens. Sehr gut. Dann gehe ich mit Blume und Shell zurück und dann komme ich da unten durch. Ah, aber wir sollten natürlich auch Yoshi-Coin sammeln. Das haben wir jetzt ganz außer Acht gelassen. Dass wir das eventuell wollen würden. No Feuer. No. So, dann brauche ich da oben auch nicht durch. Und dann können wir hier ganz gechillt den Teil holen. Und dann müssen wir jetzt aber trotzdem nochmal da rüber gucken. Nicht, dass da noch was war. Ach, nee, da war nix, ne? Nee, da ging es nur zurück. Okay, dann habe ich hier alles. Dann ist alles gut. Alles klar. Zack. Tschi-Tschi. Tschi-Tschi. Flop. Ah ja, das nimmt mir wieder mein Zeug weg. Aber das ist okay. Okay. Ach, nein, nicht so rum. Doof, Kopf. So. Okay. P-Switch. Blue Shades kriege ich dann hier eh, falls ich wieder eine brauche. Huuu. Sollte. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Dass die ja das richtige Blau jetzt sind. Okay. Aha. Ja gut. Dum 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 dum. Ist da unten was? Nicht, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber man weiß es ja nie. Okay. Ah, hi. Was ist dann? Danke. Okay, da will ich wahrscheinlich rein gleich mit dem Frauen. Nein, ich habe mir doch gedacht, dass ich zu langsam bin für irgendwas. Komm schon. Ja, da könnte ich sogar vielleicht ruhig, aber. Na danke. Das war doch gar nicht so schlimm. Yo. Mach dich mal weg. Du geh mal weg da, so. Gut. Ich frage mich nur, ob ich alle Yoshi-Coins habe bisher. Ach du Scheiße. Ach so. Das Ziel ist weg. Ich dachte nämlich gerade. Wenn ich hier schon zum Ziel komme, ich habe doch gar nicht alles, aber... Passt. Das hier ist... Ach cool, das ist der Hintergrund, den man auch bei Heck 3 gesehen hat. Ne, ich habe ja eine Feder. Also was will ich da oben? Da war doch gar nichts. Hä? Na jetzt, hüpf doch. Ne, da ist nichts. Na gut. Kein Plan. Also wir kommen offensichtlich dann zurück und dann ist da da ein Off-Anders. Okay. Was ist jetzt das da hier? Das ist auch Quatsch. Hier ist dann auf jeden Fall. Na gut. Da hat uns nichts noch. Ach. Ne? Geht weg. Da ist... Dann muss ich mir die halt vorher holen. Oh man. Das Lied ist echt laut. Aber ich ahne, ich habe eine verpasst. Ich habe... Irgendwo habe ich eine verpasst. Ach fuck. Was treibt mich denn? Danke. So, gleich weg, bevor die ganzen Ewis hier wieder auftauchen. Ich habe mir das auch so. Yo. Ist schon recht. Jetzt könnte ich natürlich einmal kurz gucken. Aha. Ach, den brauche ich ja sogar. Richtig. Den brauche ich ja sogar. Höh. Komm mal mit. Ich hoffe, wir kriegen noch die letzte Yoshi-Coin. Was? Ach so. Auch mal der andere Zinn ist. Naja. Ah, und jetzt ist da oben eine Yoshi-Coin, oder was? Aha. Okay. Ich wollte eben schon sagen, weil hier das Ziel ist, dann kann da ja gar nichts anderes sein. Dann ist alles gut. Nice. Und hier ist der Warp Star. Okay. Schauen wir uns das noch an? Ich denke, das schauen wir uns noch an. Trick. Normalerweise mag ich ja die normale Musik jetzt nicht so, wenn sie immer kommt, aber gerade ist es echt angenehm nach dem furchtbar lauten Lied. Ah, das ist so ein Hintergrund, der flackert, wenn ich safe state. Du bist schnell. Du bist langsam. Du bist immer noch schnell. Du bist langsam. What the? Du kommst vor allem immer wieder. Da ist jetzt keins mehr drin. Jetzt habe ich nicht geguckt. Gibt es Yoshi-Coins? Nein. Wie in jedem von den Leveln gibt es keine Yoshi-Coins. Sehr schön. Ach so. Das sind wieder Glöcke für ihn hier. Den Pilz kann man auch dann mal da drin lassen, gerne. Yo. Gut, dass ich hier runter kann. Na gut. Nehmen wir mal den Hit. Oh. Das ist nett gemacht. Ich fahr mit dem Bugreis mit und treff den auf nicht. Danke. Aua. Ah. Das Problem ist, das Ding ist ein bisschen schneller als der Bugreis offensichtlich. So. Mehrere Bugreisis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Okay. Du bleibst immer hier. Irgendwas da oben ist doch bestimmt ein Pilz. Ja. Nicht so ein Pilz. Tschüss. Ja. So ein Pilz. Oh, das ist übrigens ein interessanter Fünf... Fünf-Eck-Bugreis. Ja. Hier noch mehr Nieten oder noch mehr Gewinne? Okay. Nur noch mehr Nieten. Oi. 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 Oi, 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 oi. Das war jetzt nicht so geil. Okay. Wenn ihr mal so bleiben würdet, dann kriegen wir das hin. Danke. Oh. Ah, ich hab dich nicht gesehen. Kommt mal nochmal her. Bitte. Komm' ich da hoch? Ach. Nicht ganz. Aber jetzt. Fuck! Ich hab nicht damit gerechnet, dass das Ding rausschießt. Dabei hätte ich damit rechnen müssen. Äh. Kann ich sagen, dass unten noch was feh... Ah, okay. Ja! Ist schon recht. Erstmal holen wir uns den Pilz. Und dann will ich was probieren. Warum ist da oben eine Lücke? Ja gut, das ist jetzt vielleicht auch dumm, dass... Äh, nachlassen wir das. Alter! Holy shit! Okay. Gehen wir einfach durch. Holy shit! Nein! Oh nein, nicht wieder dieses Scrolling. Oh, bitte nicht. Oh, ich dachte echt... Ah, das war... Oh, bitte nicht. Ach. Die töten doch, oder? Ja. Ja. Ja, der währt halt auch noch schneller. Aua! Oh Gott! Jetzt bewegt sich auch noch so ein Ding. Holy shit. Please, no. Ah! Nein, nein, nein. Raus da, raus da, raus da. Den möchte ich nehmen und dann hier raus. Und jetzt frisst der da am Rand das Zeug weg. Ich brauche... Ich wette, ich brauche die oben gleich nochmal. Oh, scheiße. Einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch. Alles gut. Oh Gott. Nein. Nee! Ja, nein. Gott, ich bin zu schlecht. Ach, fuck. What is this? I wanna be the Borschi? Das kann man doch auch nicht ohne Safe Stage spielen. Mann. Ich bin zu doof dafür. Oh, come. So. Halt. Oh, okay. Alter Schwede. Yes, yes. Haben wir es dann jetzt gleich mal, ja? Ui, 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 ui. Ich gehe mal hier rein. Ich wette, die kommt jetzt da oben irgendwo raus. Ja. Ah! Ich habe die Dinger nicht gesehen. Oh, sei mal nicht so gemein, Spiel. Holy shit. Geh weg. Ja, komm, geh weg. Toll. Ui, 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 ui. Böse Coinsnake. What? Uh, das ist jetzt auch cool mit dem... Was? Ach da. Mit dem Boring zusätzlich. Das finde ich lustig. Da... Was? Die blocken das sogar ab, ja? Uh. Cool gemacht. Die blocken das sogar ab. Und der wird größer. Alter, das ist ein echt individueller Bossfight. Scheiße. Oh Gott. Cooper? Ach, ein Springender, Gott sei Dank. Der sollte einfacher zu bekommen sein, wie der Fliegende. Oh, und die Ringe sind weg. Was kommt jetzt? Okay. Äh. Ich habe es befürchtet. Jetzt kommt nochmal der große... Oh, jetzt kommen rote. Der hat auf jeden Fall schon mal mehr Hits auch. Der Dude. Ach, toll. Nein, das ist jetzt ein Stern. Oh mein Gott. Das sind jetzt mehrere Ringe um den Buh. Ah, fuck. Ah, fuck. Danke. Noch ein Hit. Wow. Der hält viel aus. Ja. Es sieht saukool aus. Holy shit. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Aber what the fuck. Das ist ein richtig geiler Custom Boss. Aber fuck, nein. Ich bin hier nicht richtig. Ich gehe hier runter. Tschüss. Holy shit. Alter. Wie cool das mal bitte aussieht. Alter. Ja, wie soll ich das denn jetzt... Wahrscheinlich in dem Moment, wo er still hält. Ja, genau. Dann wäre er quasi... Oh Gott. Ja. Krass. Cooler Bosskampf. Wow. Der war schön. Ich wüsste zwar nicht, wie man den ohne Self-Sage spielen soll, aber er war schön. Und wir haben Aspe vollständig zusammengebaut in der Sternenwelt. Krasser Bosskampf. So. Nächstes Mal dann mehr von Welt 4. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.